Okay, wie es aussieht, spielen wir jetzt Nuketown-Herrschaft, ein bisschen 6 gegen 6. Ich hatte nicht so Bock auf Bodenangriff, deshalb spielen wir jetzt ein bisschen 6 gegen 6-Herrschaft. Bleiben wir ein bisschen wieder hoch. Okay, jetzt zu dieser Klasse. Warum habe ich Kugel-Sicherer Weste mit? Ist ja logisch. Aber warum habe ich die EMP-Granate mit? Da ich ohne Schalldämpfer spiele, will ich denen einfach so das Radar nehmen. Und ich sehe schon, die laufen hier mit Shotguns rum, ich weiß nicht, wie ich das finde. Wow. Wow, Nate. Ich gebe mir gleich schon die Muni aus, oder was? Ich brauche. Ah, ja, er sitzt da einfach. 600 Punkte hatte ich schon wieder, ja. Ich will wenigstens einmal meine Streaks bekommen, aber ob das funktioniert, weiß ich jetzt nicht. LOL, als ob. Ja. Immer ein bisschen runter. Und mein Scaf würde ich gar nichts treffen. Ist hier noch einer? Okay, paar Punkte haben wir jetzt schon mal. Warum wollen hier so viele snipen? Wenn ich das schon wieder sehe. Der holt mich gleich. Oh Gott, die sind alle hier. Äh, verdammt, ich habe irgendwas... Ach, so. Ich will nicht sterben, Mann. Fuck, 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 fuck. Oh, scheiße. Ich kann gerade nicht reden. Äh. Hey, ziehe, push. Ich will aus seinem Sichtfeld bleiben. Geht doch. Geht doch, let's go. Schwarm erwartet Befehle. Schwarm unterwegs. GMP geworfen. Verwündete Wundestaffel weiter zufrieden. Ah. Das ist so nice, wenn man Drohnen zerstört. Weil, das ist toll, wenn man gegen Sniper spielt und dann ein V-Set bekommt. Äh. Und ein Schwarm bekommt, weil... Die meisten spielen mit Drohne. Und... What the fuck. Da ist es dann, sag ich mal, praktisch. Das Spawn wird jetzt die ganze Zeit wechseln. Das ist ein bisschen, äh... Naja. Naja. Ist nicht so, ne? Ist nicht so cool. Was denn jetzt? Wir verlieren A, wir verlieren C, wir verlieren Scheiß. Scheiß verlieren wir! Ja, ich verliere... ... mein Leben. Und meine Orientierung. Enttierung. So. Viele Kills hab ich ja jetzt noch nicht. Hier geht noch, was würd ich sagen. Oh, dann haben wir die alle EMP'd. Oh fuck, ich muss hier rein. Fuck, kommt der jetzt hier hoch? Nee, oder? Niemals kommt der hier hoch. Niemals kommt der hier hoch. Ich muss hier... Weg, ich muss... ... näher zu meinen Teammates kommen, man. Ich war ein vor Blackbird. Ich hätt einfach... Ich hätt's einfach rushen sollen. Ich bin so dumm. Es wären sichere 50 Kills für die erste Runde gewesen. Na, 60 vielleicht sogar. Wenn man Glück gehabt hätte. Ja, genau. Er gewinnt damit gegen meine Skorpion. Okay, jetzt... ... laufen sie da alle raus. Fuck. Ja, und dann kommt wieder der andere mit seiner hässigen... ...PDW, Alter. 42 Kills. Nervig. Okay. Gut gemacht, Tiers. Bereit machen für die nächste Runde. Ich bin jetzt, ähm... Ich weiß nicht, wann ich das hochlade. Ich nehm jetzt hier gerade am Samstag auf. Von Sonntag bin ich weg. Für ne Woche. Aber von da aus werden auch Videos kommen. Ich bin ja in Berlin. Die, die mich schon... ... vor nem halben Jahr abonniert haben, werden wissen, dass ich da, äh... ... ja immer meine RL-Videos mit denen gemacht habe. Weil die aus Berlin, mit denen hab ich früher in Halo geteamt. Also es waren halt meine Halo-Teammates. Und, ja. Die sind sehr cool. Einmal will ich meine Streaks noch bekommen. Eigentlich, um ehrlich zu sein und so. Ich hab Angst. Ich kann nicht reden. Weil ich so viel Angst hab. Bin ich ein davor, oder wat? Ich laufe hier auch noch an dem Spacko da vorbei. Okay, jetzt darf ich einfach nicht sterben, wirklich. Nein, jetzt! Heilige Scheiße. Das wär echt Amok gewesen, Jungs. Oh Gott, diese... ... diese Waffen-Kombo gefällt mir nicht. Heilige Scheiße. Meine Fresse. Wow. Das war jetzt echt ein bisschen, äh... ... heikel, würde ich sagen. Und jetzt wieder auf der anderen Seite, oder was? Wir verlieren Alpha. Wenn ich jetzt hier ein 100-plus mache, dann wär das natürlich cool. Aber dazu brauch ich nochmal meine Streaks. Yes. 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 Komm schon, ich brauch meine Streaks. Nice. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir haben A verloren. Gibt's immer noch nicht. Fuck. Da sind die Hunde. Komm, komm, komm. Nein. Oh, fuck. 16 Kills brauch ich. Schaff ich nicht. Schade. Komm schon, Hunde. Macht ein paar Kills. Nein, schon wieder 93. Hätte ich den Swarm bekommen, hätte ich nur 100-plus gemacht, man. Ey, kacke. Ohne Witz. Kann ich nur Kopf schütteln, würde ich sagen. Mensch. Egal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Ähm, ich weiß, in den letzten Tagen kamen jetzt nicht so regelmäßig Videos, aber liegt einfach daran, dass es arschheiß war, jetzt momentan geht's. Äh, da ich muss immer die Jalousien hinten ein bisschen unten lassen, damit's da nicht so krass die Sonne reinscheint. Ihr seht schon, da scheint die ganze Zeit die Sonne eigentlich rein. Und dann wird's hier arschwarm drin. Und draußen sowieso, ne. Und wenn ich draußen bin, mache ich ja auch keine Videos. Ist ja auch scheißegal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann. Ciao.